hallo freunde herzlich willkommen zurück bei mir jetzt willkommen zurück bei pumpkin simulator 2 ja ihr seht schon wir haben hier angefangen hier los hallo können wir hier die sachen einräumen sind das hier also was hast du hier gemacht weil diesen dort wichtig mal fragen da ich fragte hier war nicht ich traue ich heute überall hier da hat einer ich habe abgespeichert und hat einer einfach seine einkäufe stehen und liegen gelassen und weg ware und getränke da auch noch gehabt genau wunderbar ja wir brauchen sowieso wieder getränke wir brauchen alles also wir brauchen wirklich alles was sagt hier unser unser tank ja wir machen mal voll so tankwagen ist auf dem weg die leute sind auch alle auf dem weg wir haben auch eis deal haben wir eis gekauft produkteistellungen genau hier sollte nur eis rein ja 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 wieso hat die denn da letztens dosen reingetan das verstehe ich nicht da soll nur eis rein in die dinge ich hatte wo hier vorne hatte ja nämlich mit kenne ich nix so hier noch mal gucken produkteinstellung hier hatte die nämlich irgendwann an anderen getränken reingetan aber das soll ja ach guck mal hier haben wir ja 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 nein 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 das ist nur für eis nur für eis das ist nur ok für eis mal so kein bier nur eis unser zweiter eis man ja ich hasse dich ich hasse dich wo bist du Echt jetzt? Komm schon. Nein, Wasser, Soda, Schrimpsuppe, Proteinmilch. Erdbeer Eis da. Genau. Und da hinten auch. Hier war doch auch eine, ne? Ja, genau. Und hier soll auch nur Eis rein, bitte. Bitte schön, bitte sehr, bitte gleich. Hier ist es richtig. Gut, dann werden wir mal Eis bestellen und Getränke bestellen. Alles, was wir so brauchen halt. So, und der Laden läuft auch schon wieder. Sehr schön. Dann schauen wir mal ins Yellow Web. Und dann holen wir hier am Markt, hier, so. Dann holen wir mal hier Soda und Cola und Milch und kalter Kaffee und das und was denn noch hier? Margarine und Butter und Hundefutter. Nein, aber hier Zitronenlimonade und Hühnerbrühe. Ja, und da brauchen wir auch alles. Und das brauchen wir und das brauchen wir und Wein brauchen wir 30, 40 und 50, 60 Ich glaube so, ne? Ne, 30 passt nicht jeder rein, ne? Genau. 60, 70, 80, 90. So. Und jetzt habe ich nicht auf Kaufen gedrückt. Ich dumme. Ich bin so ein Wolfsprosten, ne? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Wie 4 Ach, man kann das nicht sehen hier. Komm schon. Margarine, ich bin so ein Wolfsprosten, ne? So. Dann drück doch auch auf Bestellen, Opa. Echt. Manchmal bis zu ein Juni. Folge Juni. Wer so ein, können wir doch nicht ernst nehmen hier. So, hier. Und dann haben wir hier noch gar nichts mehr. Hier, Bier. Und Butter. Und Wasser. Und Mutteröl. Genau. Cola und Milch. Und Soda. Da haben wir Soda. So. Und jetzt hier Lager. Bestellen. So. Jetzt haben wir es. Und jetzt haben wir es. Und wir haben hier noch ein Ding, ne? Wir haben hier noch einen Vierer, ne? Ein Vier-Sterne-Mann haben wir hier noch. Lass mal eben gucken hier. Treibstoff. Mitarbeiter. Hier haben alle fünf. Mechaniker hat fünf. Reiniger hat fünf. Da der Oskar. Der Oskar eine Waschanlage. Hintenfeuern wir mal. Und dann stellen wir mal einen neuen Oskar wieder ein. Und jetzt haben wir nur noch fünf Sterne-Mitarbeiter. Sehr schön. Wo ist denn der hier? Wo ist denn hier der Knibli? Nichts zu tun, oder was? Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ich dachte schon, der hat mir der Oskar. Nein, der ist kein Oskar. Der sieht nur so aus. Oh, und da kommt die Ware. Sehr schön. Können wir hier mal ein bisschen Eis reintun. Irgendwie ist das anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber egal. Egal. Dann ist halt eben so. So, ist auch egal. Es steht ja gar keine Rolle. So. Und dann hauen wir hier mal Getränke rein. Hier, Woll. 60 Soda, warum auch nicht. Kann man doch mal machen. Ich glaube, wir müssen noch Getränkeschränke kaufen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Vieh bestellt. Kann sein. Aber macht ja nichts. Es ist ja nichts, als würde das hier schlecht werden. So ist es ja nicht. So, guck mal. Zack, voll. Und zack. Wild hier drüge mich. Kalter Kaffee rein. Jawohl. Sehr schön. Nächste. Nächste. Nächste, bitte. So, guck mal hier. Energy ist sie. Und Äusserchen. Ah, das ist rein hier. Wunderbar. Ist schon wieder 17 Uhr. Schon wieder 10.000 hier drin. Ja. Wunderbar. Wir sind begeistert. So. Oh, ja. Und, äh, ja. Da muss ich auch noch ran. Moment. Ah, guck mal. Licht. Und dann alles umsonst. Sonnenkollektoren-Licht, sage ich nur. Ach, die Polizei kommt mal wieder. Uns werden mal wieder Drogen unterstellt. Boah, ist das. Gerupft. Okay. Jetzt ist das gerupft. Aber Getränke haben wir wieder. Immerhin. Immerhin Getränke haben wir. So. Ja, ich sag ja, da bleibt wohl noch was über. Darauf stellen wir mal noch zwei so Getränke-Dinger mit. So. Jo. Und den Rest bestellen wir dann Essen. Aber wir wollten noch Klopapier und so weiter bestellen. Klopapier und Seife und so. Das brauchen wir auch unbedingt. Das machen wir mal eben. So. Tanksteller. Zwei Kühe. Und. 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 Ja. WC. Guck mal, guck mal bei WC. Guck mal hier. Seife zweimal. Und. Die und die Papiertuchspende haben wir gar nicht. Die holen wir auch mal zwei. Und da holen wir auch mal einen. Genau. Und dann brauchen wir noch diese Luftdinger. Ne, nicht die. Die Pull. Die, die, die. Die, wo. Du bist schon. Die Flaschen haltet. Die hier. So. Teddies oben auch nochmal. Brauchen wir bestimmt auch. So. Und jetzt gehen wir zum Markt. Jetzt kaufen wir ein. Ja, 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 ja. Jede Menge. Hier, bitteschön. Hallo. 23.000 haben wir noch. Da geht ja noch. Oh, nicht vergessen, gleich auf den Einkauf zu bestätigen, bitte. So, hier und. Vielleicht brauchen wir auch noch ein paar Regale. Werden wir ja dann sehen, wenn jetzt soweit ist. So. Hier, bitteschön. Jawohl, guck mal. Schon 6.500 auf dem Ticker. Ja, wenn wir einkaufen, dann kaufen wir richtig. Was hat die denn hier für ein Problem? Was habt ihr gesehen? Haare glatt, Haare glatt, Haare glatt. 8.000, jawohl. Dann hätte ich mal einen vernünftige Große einkaufen. So, hier noch. Stickers und die noch. Und die noch. Und dann vergessen, auf Bestellen zu drücken. Genau. So, und die noch. 200. Und das war's. Und bestellen. 10.300. Sehr gut. Und haben wir noch. Ah, 4.000. Ja, wohl. Ja, damit. So, hier können wir schon wieder Getränke rein. Was soll's, was soll's, was soll's, was soll's, hier machen wir ein paar Schrimps rein, so. Dann haben wir ihn hier noch. Hier machen wir noch Bein rein. Damit wir den auch haben. Und hier machen wir noch Apple-Mig rein. Damit wir den auch haben. So. Da ist der Herr. Dann schauen wir mal, ob ich da dran komme, an die Kühler. Ach, du großer Gott. Ja, die Kühler halt. Glas rein, ja, vielleicht sollte ich erst mal. Da. Da sind sie. Ich hab sie, ich hab sie. Lalalala. Ich hab sie, ich hab sie. Ich stell die mal rein, ne. Genau, hier müssen wir auch noch welche hin. Ja, glaub ich schon. Jawohl. Und hier noch. So, aufwerten. Danke. Den noch aufwerten. Danke. So, dann können wir hier den Rest reinpacken. Na, siehst du. Guck mal, haben wir echt zwei noch gebraucht. Hätte in ein gar nicht alles reingepasst. So. Und noch den Wein und das ist fein. So, wunderbar. Und jetzt können wir hier noch unsere Lebensmittel auffüllen. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier genug haben. Also Platz. Sonst kaufen wir halt Regale. Regale, Regale. Das macht uns nichts aus. Wir kaufen Regale. Bei Regale Klaus. Was? Das ist doch gar nicht. Egal, wie immer ausgedacht. Das ist doch Regal. Wie man so schön sagt. Was machst du denn da? Oh, guck mal, da ist ja noch Ware. Da ist ja noch gar nicht alles weg. Wir haben nur noch. Ist doch noch reichlich da. Mal ein ganzer Schrank Kornflex. Jawohl. So muss das. War gerade 0 Uhr, oder was? Dass der aufgehört hat, hier zu machen. Mein Hund ist draußen. Ja, ich glaube, ich den Diebfeuer hat. Ich glaube, der hat den Diebfeuer. Ja. So, was kann der? Das macht der. Das kann der gut. So. Voll. Noch zwei Glas rein. Ja, natürlich. Die gehen noch. Und hier weiter geht's. Immer rein. Da wird immer flott. Das ganze Zeug. Noch alles unterbringen hier. Wieso ging der Glasreiniger nicht mehr? Frage ich mal. Einfach so. Ich frage für ein Freund. So, Motoröl. Jetzt haben wir viel Motoröl. Da kommt noch viel Geld rein. Da können wir... Wieso lässt die letzten drei Mal draußen? Aber ich kann nicht mehr über diesen Produkt hinzufügen. Ach so, da ist eine Grenze hier. Ja. Da gehen nur 40 Motoröl. Ja, das ist natürlich wichtig. Die Grenze. Das ist ja klar. Hier packt jeder rein, wo der will. Da geht er gar nicht. Das geht ja gar nicht. Die Grenzen müssen wir schon einhalten, Freund. So, hier. Hau rein. Wohl. So, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen noch Regale. Regale, Regale. So, und Ketchup und Senf. Und guck mal, was wir hier noch alles haben. Da brauchen wir bestimmt noch Regale. Machen wir. Kaufen wir halt Regale. Kann ich mit leben. So, guck mal, wovon habe ich hier? Hier habe ich noch mehr. als ich eigentlich stellen darf. Das passt alles. Das geht alles. So. Hauen wir da noch was mit rein. Jawohl. Jawohl. So, dann schauen wir mal hier weiter. Noch Senf. Jawohl. Lecker. Nur die guten Sachen. Der gute Löwen. Wovon ist der Senfkönig reich geworden? Und die Leute auf dem Teller gelassen haben. Regal voll. Ja, wir haben noch einiges hier stehen. Wie hier? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach so. Filter Kaffee ging nicht mehr. Oh, dann machen wir ein Blatt hier rein. So, fertig. Fertig, fertig, auch fertig, auch fertig, alles fertig. Ja, dann brauchen wir noch Regale. Was kann man denn da noch kaufen? Drei Uhr schon wieder. Also wir haben einen ganz ungesunden Lebenszyklus mittlerweile. Fernseher kann man auch noch hinstellen, ne? Hier haben wir nochmal zwei Fernseher. So, und dann Regale. Regale. Davon gehen noch fünf. Davon gehen auch noch fünf. Wenn ich die kaufe. Zwei. Davon gehen auch noch zwei. Kaufe ich auch noch. So, wir werden eben mal gespannt, wenn ich hier, ob ich hier gleich nur noch drei kaufen kann. Bestellen. So, dann gehen wir mal raus und dann gehen wir wieder rein. Fünf. Immer noch fünf. Wie jetzt? Wie, wie jetzt? Wieso kann ich denn jetzt, ich habe doch zwei gekauft. Da war da auch noch schon fünf. Ach, egal. Was weiß ich denn? So, wir gehen jetzt hier den Teddy rein und sortieren. Endlich mal was, was ich kann. Äh, da. Teddy. Teddy, Teddy. Großer Teddy. 1, 2, 3. Guck mal, haben sie alle rausgeholt. So eine Bande. Na, so eine Bande. Teddy. Eis liegt auch noch rum. Das Eis muss hier, glaube ich, noch rein. Transporte erreicht das Lager. Das geht euch gar nichts an. Ja, hier muss das Eis noch rein. Jawohl. Wunderbar. So. Wo sind die Teddys? Honigbar. Hundefutter. Zwei Regale. Na gut, dann machen wir jetzt zwei Regale. Dann stellen wir eben die Regale auf. Ja, hier. Bitteschön. Ob das was bringt, die zu upzudaten? Die kann man nicht updaten. doch 150. Und dann? Können die 80 Gegenstände und die können 80 Gegenstände. Ja, dann ist ja das ist ja dann ganz was anderes. Wenn das so ist, dann hat sich das ja gelohnt. Dann habe ich ja keine 150 zum Fenster rausgeschmissen. Das ist schon mal gut. so. Gut, dass hier nachts ist. Da kann man schön Regale füllen. Wir brauchen noch einen Stern, ne? Wir haben erst fünf. Wir können sechs Sterne kriegen. Die wollen wir natürlich haben. Ist ja wohl klar, ne? Ich glaube, das reicht noch nicht. Gut, dass wir noch gekauft haben. Gut, dass wir noch gekauft haben. Fertig? Fertig. Ach so, da geht vielleicht noch was, Nein, Regal ist voll. dann gucke ich mal nach, oh, Entschuldigung. Dann gucke ich mal nach den anderen Regalen. Hier müssen ja noch mehr Regale rumstehen. Mittlerweile. Äh, ja, Papierhandtuch halt. Die müssen wir auch noch dran machen, aber erst probiert Regale. Da. Regale, Regale, Regale. Ja. Hier mal hier ganz außen. Hier geht noch mal eins hin. Und da geht noch eins hin. Ha. Dann machen wir das hier rauf. So. Sehr schön. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt kriegen wir auch alles rein hier. Oh. Na gut. So. Na die machen wir mal allein der wahren Wert, der hier mittlerweile ist, ne? Das ist schon krass. So, dann müssen wir gleich mal gucken, was unser Tank sagt. Und den müssen wir auch mal wieder aufwerten. Aber jetzt auch nicht. Ich kriege die nicht alle rein. Einer fehlt. Hier. Hier, du kriegst noch ein Schokoriel. So. Genau. So. Guck mal. Sieben Uhr morgens. Nur zwei Sieben in der Kasse. Ich werde noch den Hungertod erleiden. 27 Stück. Dann muss ich noch welche besorgen. Ach so. Ach, der Klob ist mir auch noch. Da sind ja vielleicht ja auch noch einiges, ne? Papierspender. Papierhandtücher. Papierspender. Zwei. Habe ich doch gut gemacht. Da kommen aber mehr rein. Wenn man will. So. Hier noch einer. So. Haha. Sehr schön. So. Was tragen die denn hier rum? Ich hoffe mal, die tragen so so tolle Sachen wie wie Papierrollen und Klorollen und sowas. Na? Nicht gewonnen? Das tut mir leid. 130. Ja. Dann gehen wir hier auch noch auffüllen. Ich kann ja mal rennen, ne? Aber wozu? Wozu, Eckhardt? Wozu? Good morning. Auch wieder voll. Rest von den Lager. Hm, 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 hm. Guck mal, da kommt auch noch einer rein. Sollen wir hier auch noch einen rein? Ja, natürlich. Für die Infotainment. So. Äh, ja. Es wäre schön, wenn die Dinge enthält. So. Und jetzt machen wir hier noch was an. Ich habe wieder kein YouTube-Uhr. Mensch. So ein Mist. Kamera. Kamera 4. Ja. Kamera 4 ist gut. Da können Sie sich selber beobachten. Genau. So. Und der andere? Der kommt, äh, ins Klo? Echt? Hier kommt ein, hier oben Fernseher hin. Okay, dann mache ich den nochmal hier hin. Sicherheit. Kamera 2. So. Wunderbar. Da könnt ihr sehen, was im Laden los ist. Ob schon Platz ist an der Kasse oder nicht. Genau. So, da nehme ich mal eins. Äh, ich habe ein Ding. Das ist ja super. Das ist ja super. Gut, dass ich das gemacht habe. So. Wer hat, ich kann nicht aufheben. Was? Mit der Robert. Ach so, Teddys. Ich habe gerade gedacht, mit der Robert. hat, äh, ich habe gerade die Klo-Rolle aufgetaucht, aber ich habe gerade die Klo-Rolle aufgetaucht. Aber reingemacht. Guten Morgen. Dann haben wir 1, 2, 3. 1, 2. Jawoll. Ich glaube, die Klo-Rolle rollen und dann ist alles aufgebraucht. Guck mal hier. Die Kau-Rolle. Nein, entschuldigt. Ich bin ein bisschen schon wieder sehr furchtbar, aber ich weiß, ich weiß, was soll ich machen? Ich drücke Seife siebenmal. Drücke siebenmal die Seife. Da ist Seife drin. Guck mal, da kann so ein... Da kann so ein Ding drauf hier so... Hier, da, wieder schön. Zack. Jetzt kann sie sprühen. So, hier Seife ist auch leer. Aber Seife ist wohl immerhin. So, da kann ich die Seife hier mal für euch wegräumen, ne? Habt ihr nichts gegen, ne? Ach, guck mal, die haben die Luft rausgeholt. Die stellen die wohl auch hin. Die brauchen nur ein bisschen. Klopapier gehe ich mal eben gucken. Und überall Klopapier raus. Klopapier. Da ist... Da ist... Da ist... Da ist... Nehmen wir mal hier rüber. So. Wunderbar. Seifenspender, die die Handtücher sind, äh... Ja. Habe ich jetzt nicht gesehen. Wenn ich ehrlich bin. Aua. Da sind doch doch da 88 von 100. Ah, ja. Da siehst du wohl. So. Hier können wir noch so ein Ding drauf machen. Bitteschön. Hier, die sind auch schon wieder weg. Mein Gott, ey. Ah, der ist noch. Muss ich auch noch bestellen. Was ist denn hier los? Habt ihr sie noch alle? Guck mal, was hier los ist. Freunde, Freunde, Freunde. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich gehe mal gucken, was unsere Kasse macht. Tränke sind noch gut da. Ja, kauft reichlich. Hier ist auch noch alles voll. Sehr schön. 9.000. Naja, dann. So. Morgen ist 9. Jetzt geht es wieder los. 27.000 haben wir. Dann gucken wir mal hier, was wir noch an Updates machen können. Also Tank-Updates geht sowieso. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mehr Kunden zu Fuß. Dann machen wir mal. Mehr Fahrzeuge. Oh, je, je, je. Fräuche kommt. Mehr Kapazität für Kraftstoff. Machen wir noch ein. Naja. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht mal wieder bei bei Opahelmi und bei den Straßendingenskirchen, Bummens, Pimking, Tankwagen, Dingens. Macht's gut. Bis dann. Euer Opahelmi. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.